Das dürfte die Pläne der Stadt ordentlich ausbremsen, um den Verkehr in der Innenstadt zu reduzieren, plant man die Ein- und Ausfahrten in der City per Video zu überwachen. Der Zwischenbericht einer Studie im Auftrag der Stadt zeigt jetzt aber, die Maßnahme würde lediglich 14 Prozent weniger Verkehr bringen und das bei Investitionen von über 18,5 Millionen Euro. Barbara Piontek berichtet. Weniger Autos in der Innenstadt. Das soll mit Einfahrtsverboten erreicht werden, die wiederum von einem Videoüberwachungssystem kontrolliert werden. Zahlreiche Ausnahmen inklusive. Ein Zwischenbericht einer Studie im Auftrag der Stadt Wien liefert nun aber ernüchternde Zahlen. In der Studie mit Datum Mitte Mai geht man von einer Reduktion der einfahrenden Autos von lediglich 14 Prozent aus. Parkplätze sollen um 24 Prozent weniger genützt werden. Demgegenüber steht allerdings eine prognostizierte Investitionssumme von 18,6 Millionen Euro und 2,4 Millionen Euro pro Jahr für den laufenden Betrieb. Im Lenkungsausschuss am 17. Mai wurde der Zwischenbericht mit all seinen Ergebnissen präsentiert. Darauf angesprochen, sagt die zuständige Stadträtin Uli Siemer, sie kenne den Bericht nicht. Ich möchte wirklich ein Verständnis bieten, dass ich da nicht über ungelegte Eier hier irgendwas sagen kann und auch nicht will. Mein Anliegen ist es auch und auch das vom Herrn Bezirksvorsteher ist wirklich eine spürbare Verkehrsentlastung und Reduktion in den ersten Bezirken. Ob 14 Prozent bereits spürbar wären, wollte Siemer nicht beantworten und verwies auf die nicht fertige Studie. Im Zwischenbericht wird auch darauf eingegangen, wie Strafen bei Verstößen eingehoben werden könnten. Zwei Varianten werden genannt. Eine davon würde der Polizei direkten Zugriff auf das IT-System gestatten, ohne dazwischen eine Abteilung der Stadt Wien als Filter einzuführen. Datenschützer schlagen Alarm. Das würde bedeuten, dass Polizeipräsident Bürstl nicht einmal mehr eine Ausrede erfinden muss, wie so eine Demonstration überwachen will. Die Stadt Wien würde ihm direkt Zugriff auf alle Kameras rund um die innere Stadt geben. Und dass man so etwas hier ernsthaft überlegt, aus Kostengründen, zeigt halt einfach auch, wie gering das Problemverständnis bei der Stadt Wien ist und wie wenig wichtig scheinbar der Datenschutz dort genommen wird. Der Endbericht der Studie wird im Juli erwartet. Das letzte Wort hat aber Verkehrsministerin Leonore Gewessler. Für die Umsetzung der Videoüberwachung braucht es eine Novellierung der Straßenverkehrsordnung. Untertitelung des ZDF, 2020